Paul! Ehhhhhhhhh 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 Ehhhhhh Hi! Heeeeeeey Willkommen zurück zu Open Game Night Das ist der Paul Und das ist der Mo Und ich hole jetzt mal meine Zählen zurück Ja bitte Komm schon erstmal hier, komm schon erstmal hier Na ist gut Jetzt kommt irgend so ein Hündchen Aber wo ist der Typ? Da ist er, schau Haha, du hast wohl gedacht Du kriegst mir Geld, aber nein, falsch gedacht Ne 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 Versuch nicht runter zu fallen Ich tu was ich kann Oh Was ist hier? Oh und? Oh ne Ne ne, einfach halt aussehen Jetzt auch erst das tot Malzgut Arsch Kopf Arschkopf Dich heul kaputt Was steht hier? Lügner Okay, du bist ein Lügner Ech, schauen wir mal hoch, was da so schönes ist Da wirft einer rum Da wirft einer rum Da wirft einer rum Da dass jetzt jemand kommt RENINI Ging schon aufnehmen Titanscher Ja, mit der kann schwachen Verbesserung Gut, gut, gut Sehle, eine stolzene Ui Das weiß ich aber Mhm Aber das Aua Gut, dann gehen wir wieder Oh, ich hab nen Pfeil Am Hinterkopf Warum nicht? Warum nicht? Das ist gut Hallo Sind sie Wikinger? Schaut aus wie der Heu-Vogel von Skyrim Stimmt Schaut aus wie Priority Gesterbe ist gestorben Verschiebe nicht auf morgen Ach genau Und, doch mal ein Leben Zck zzt Dah Sht Bolla St Stein stein war okay warum auch nicht neue neue flut was ist das da kann die leute rufen bauch hier aber nicht jeder nicht warum denn auch das heißt ich habe was neues kriegt ja mir irgendwas blablabla vielleicht handschuhe aha richtig kagge das ist der umweg das ist der uwe hallo uwe ja ich bin der ich bin der gian die machen party ja ich bin der daniel und ich bin auch dabei ja ich bin der uwe und ich bin auch dabei das ist voll geil man das ist ein komisches video was wir aufgenommen haben mit unserem straßenpennern besoffenen das war cool ich bin der uwe und ich bin auch wunderbar die geben richtig viele seelen die leute war gerade 4.000 es habe ich fünf leute zusammenkauen ist wie 70.000 roa da habe ich gerade voll bock platz zu spielen verständlich aber das haben wir leider nicht abholen ne ich weiß ich habe es aber zu hause zu hause habe ich den blablabla man game of the year das sind für 25 euro geholt da halloween sale guter ist wieder jemand hallo maßgut wir kriegen dafür warum auch nicht warum fußzollgarten schild und das ist ein wurfmetzer so kann ich da jetzt vielleicht mal reinschauen dunkles harz warum auch nicht jetzt schau mal noch da rein ist hier was nur tolle mal weiter mal weiter mal zurück und schau und schau mal rechts angebung voll brauchst du brauchst du brauchst du brauchst du brauchst du hab doch das für einen durchgang aufbauen kann man kann schon einfach so reinlaufen wir dürfen gut voll lobt du ich glaube du hast pyromanen der spielt mit dem feuer er brennt für dich er brennt für dich ich brenne ich brenne du glaubst du kannst mir was antun oh ein hund doggo doggo yeah doggo komm her das ist ein party doggo auf jeden fall so soll man dahinter schauen das ist wieder ein hund das sind zwei hunde das sind drei hunde schau erstmal ins häuschen hallo häuschen ich bin völlig aus dem häus red mit der ja ihm er ist ihm das was ist denn dein begehr ich kenne euch nicht und ihr kennt mich nicht gut belassen wir es dabei gut ja dann lass ich dich halt in frieden ich würde es am liebsten zusammen schlagen 3 3 rüstung ne neue jetzt haben wir diese komische war regelt der rüstung hier gefällt es mir wieder hier können wir die leuten nichts anhaben oder jedenfalls nicht viel oder so weißt wie ich meine ja gut du bist halt ziemlich gepowert der wahre kampf beginnt deshalb viel erfolg was keine ja dann gehen wir wieder hallo hallo wie ist denn die du? und da ist glaube ich nicht einfach da drin hängen ach so da kommt er her ok 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 alles gut uh und sieht man gar nicht party doggo ja man jetzt solltest du ein justus flacken justus flacken justus flacken ja man flag the justus man lalalala lala 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 ja grisg das ist auch schön wer sind sie? ich muss da noch runter zu den ganzen wenn du willst Togos ja man sieht zu den ganzen Togos ja man sieht zu den ganzen Togos schritt fack wer wirft mich mit seinen Vasen kommt mal einer wenigstens ja du 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 kommst hier hallo ja 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 schreibt ein Molotow Cocktail oder irgendwas sowas leider nicht mit aber es war da lebt auch noch ok macht es gut und ja man gut und aber es ist das Hi. Hi, ich bin Rufus. Rufus, ich habe jetzt keine Zeit. Was machst du hier? Mir ist langweilig. Rufus, ich bin nicht von der freien Zeit langgegriffen. Und, was machst du sonst so? Hast du Hobbys? Ich mag starren. Was? Oh, hast du eigentlich Glück gehabt? Ich glaube auch. So. Rufus? Untersuch den Mann. Oh, doch irgendeine Wahrheit für Kinder. Warum auch nicht. Ähm. Oh, toll. Oh, scheiße. Aber sie ist beschädigt noch nicht kaputt. Egal. Aua, aua, aua. Der hat schlechte Laune. Richtig schlechte Laune. Na, es geht. Jetzt lässt mich in Frieden, ne? Nimmst du jetzt mal den Justus-Flacken? Jetzt hat er hier. Danke. Weil der wollte mich nicht in Frieden lassen, Paul. Okay. Ja. Das braucht zu viel. Ausdauern. Ja, Mann. Gut. Was macht so geraute Geräusche? Das habe ich mir auch gefällt. Oh, hallo. Hello. It's me. Oh. Banditen. Oh, ich komme jetzt als Bandit vergleiche. Ich habe nur noch eine Banditenachse. Ja, die ist am Sack. Ja. Du bist eine Banditenachse. Oh, die ist voll gut. Die kann ich aber nicht nehmen. Die ist zu schwer. Oh, echt? Ja, ja. Sie ist rechts unten. Sie ist ja 73%. Erst die 76, das ist zu schwer. Oh, schade. Das könnt ihr nehmen. Aber ich habe ja Banditenscheiß zum Anziehen. Tunika, Wanderer, Lederrüstung. Banditenrüstung. Ne, Banditenrüstung. Oh, nicht schlecht. Ne, 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 ne. Aber vielleicht irgendwelche anderen. Vielleicht. Ein Banditengesicht. Bandite Kapuze. Nein, du bist am Scheißen. Also ein Scheiß halt nicht am Scheißen. Ne, ich glaube, da brauche ich nicht einmal. Ne, okay. Weiter geht's. Auf, 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 auf. Moment, ich muss kurz einen Timer checken. Ja, wir sind jetzt eigentlich schon bei 10 Minuten. Jetzt kill den ein, dann haben wir ein bisschen Ruhe. Was war das denn? Was war denn das? Ich glaube, das ist da runtergeflogen. Aua. Oh, ich bin nur im Menü. Wie immer halt. Alter. Habe ich eigentlich zufälligen Lebenssteinen, die nicht gerade reinfressen kann. Hm, schaut gerade schlecht aus. So will ich schlecht aus. Aber hast du doch einen vorhin gehabt? Ich habe wieder einen Krieg, gell? Eigentlich irgendwo. Egal, was soll's. Ja, geh aus dem Menü raus. Ich geh aus dem Menü raus. Und da ist die Truhe. Hallo. Und dann hätte ich gesagt, äh, mache ich die zwei noch fertig. Reparaturpulver. Ja, du kannst deine Axt reparieren. Nur finden, wie es ausschaut. Reparaturpulver, Reparaturpulver, Reparaturpulver. Da ist Reparaturpulver. Benutzen. Und jetzt schauen wir mal, ob es der Axt wieder gut geht. Nein, weil du hast ihn nicht ausgerüstet. Scheiße. Ich hab nämlich nochmal einen Reparaturpulver. Nice. Ja. Bist jetzt wieder ganz? Nein. Auch nicht. So eine Scheiße. Da krieg ich so einen Hals. Nicht nur du. Der wirft immer noch mit den Dinger. Oh, oh. So. Gut. Ähm. Es ist die Frage. Wann kommt das nächste Leuchtfeuer? Oder soll ich einfach nur zurückrennen? The fuck? Ich will nicht die Blutlache berühren. Die Blutlache kannst du ja berühren. Die Blutlache kannst du ja berühren. Du siehst ja bloß, wie er verreckt. Ja, aber. Ja, da ist eh zu. Was soll's. Ähm. Dann springen wir jetzt mal rüber. Yay. Okay. Ja, fahr jetzt zurück zum Leuchtfeuer, hätte ich gesagt. Ja. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, liebe kleinen Gesichtswunder. Warte mal, ich will nicht Druck an. Was denn? Ja, alles klar. Ne, passt schon. Warte ich. Äh, das will ich nicht. Geh raus. Geh raus aus dem Menü. Okay, das klang nicht gut. Ich kann eigentlich zurückrennen, oder? Weil dann verbrauche ich nicht so... War ich da schon drin? Da komm ich mir nicht nachzufällig. Nope. Nope. Ja, da warst du. Ach, da war ich schon. Klar war ich da. Na klar. Ja gut, alles klar. Äh, dann bist du nächstes Mal bei Open Game Night. Ja. Das war der Paul. Ah, das war der Mo. Mach's gut. Bitte. See ya's. Suck my dick. Suck my motherfucking dick. ge contract queen. Ja.